Moin! Hallo! Na, wie geht's euch? Heute ist schon wieder auf morgen. Morgen, ne? Also nicht morgen, sondern übermorgen, ist nämlich Fefe's Geburtstag. Und wenn wir das schaffen, morgen echt ein bisschen länger zu streamen, könnte man glatt in den Geburtstag reinfeiern. Guck mal, ich habe hier schon ein bisschen Geschenkepapier auf. Was wäre da das richtige für Fefe? Oh, Paw Patrol Papier. Eher das hier. Ah ja, ja, ich glaube, das ist das richtige Fefe. Mit den Disney-Konzessen dann drauf. Also das geht schon mal die engere Aussage. Oder hier mit den Einhörnern zum Beispiel. Was sind hier noch so welche? Füchse. Durchsichtiges. Nö, dann bleibt's ja dabei. Da. Schleife kommt da noch ran. Ich kann das Geschenk jetzt natürlich auch schlecht zeigen, weil er guckt das Video ja bestimmt auch an. Ich glaube, vielleicht erkennt er es. Achso, morgen machen wir einen Song mit einem Sample von Felix Bruder. Das hat er uns geschickt. Ich spiele das hier mal kurz ab. Hört mal. Gib mir dein Bier, gib mir dein Wein. Gib mir den Chondre, lass mich klein. Ja, das klingt doch vielversprechend und dann viel Spaß. Bis morgen. Ciao. SK ist auch dabei. Es wird schön bunt.